Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder eine weitere Runde Among Us, unter anderem eine witzige Failrunde am Ende, also bleibt auf jeden Fall dran, es sind verschiedene Runden dabei, unter anderem mit Bens Team und am Ende gibt's noch eine Runde mit meiner Crew, wird auf jeden Fall witzig Leute, lasst ein Like da, falls es euch gefällt, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen und ansonsten würde ich sagen, let's go! So, wir starten nicht als Imposter-Crewmate, Leute, die letzte Imposter-Folge war so nice, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, auf meinem Kanal, jetzt die Spannung raus, wieder als Crewmate hier am Start, also, da kann noch erstmal nichts passieren, ich hoffe mal, ich werde nicht direkt als erstes hier gekillt, so, zwei Imposter gibt's, wie immer bei zehn Leuten, ich laufe mal so meine altbekannte Strecke ab, so, hier muss ich ganz runter, mal wieder das Laub wegmachen, man kennt's, zack! Paar Kabel fixen vielleicht, ja, oh, ich dachte gerade! Ich weiß nicht mehr, wer links unten war! Komm Fabo, sag wieder, wer es ist! Und einer davon war tatsächlich, ich hab den Upload gemacht, ich weiß nicht! Ich war auch admin! Ich glaub, genau, Phil, du hast auch den Upload gemacht! Ja, cool, also skippen wir, oder was? Ja, gibt's irgendwelche Annetzpunkte da? Also, Chris und ich können uns decken, mehr kann ich nicht beantworten! Ich kann aus dem Phil und Jonas rausnehmen, aus der Gleichung! Oh, clever! Keiner draußen, aber alles noch offen, weil Lauri ist leider down! Och man, der Arme! Das wird so schnell wieder gefixt! Eins, zwei, drei, vier, fünf... So, manchmal findet man eine bestimmte Zahl nicht! Ich kann mir schon mal ganz kurz Kameras nach! Der Nippelheimer kommt hier lang, der Ben kommt da lang, Logo... Oh, der geht hier auch rein, der killt mich doch jetzt safe! Oh, ich dachte schon! Ähm... Microphone activated! Hä? Ich bin halt da hingelaufen! Hä? Ich bin hier doch hinterher gelaufen! Also, ich hab Lisa gerade in Communications getroffen... Da ist aber keine Lisa hundertprozentig nicht! Äh, ich hab aber Ben auch nicht gesehen! Ich bin nach oben grad gelaufen! Warte, Ben, wo bist du hingelaufen? Ich bin über diesem Raum, der da unten will! Ich bin über diesem Raum, der da unten will! Ja, Ben auf dem Wind! Ja, Ben auf dem Wind! Ja, ich bin auf dem Wind! Ja, ich bin auf dem Wind! Ja, ich bin auf dem Wind! Könnte aber auch wieder ein Selfie-Port sein! Ja, wir können auch... Was für... Wow! Ich geh jetzt mal am besten nochmal in Camps rein! Mal schauen, ob ich da was abchecken kann! Da kann ich doch save das eine oder andere! Ich habe eh nicht mehr so viele Tasks! Wir können... Tim und Fabo sind hier! Fabo und Tim! Also, ich war gerade mit Phil noch an der... An dieser, wo man die Kameras sehen kann! Und bin immer über zum Reaktor! Ich habe wieder nichts gesehen! Tim liegt gleich hier in Matt Bay? Ja, die liegt da direkt drin! Aber Chris habe ich auch in Camps gesehen! Bei Matt Bay! Na näher! Die Aussage! Wer ist jetzt in Matt Bay gerannt? Ja, eben! Chris ist in, glaube ich, in Matt Bay gerannt! Aber es war noch einer! Ich weiß aber nicht! Ja, müsste halt Lina gewesen sein, weil Lina trug das! Aber ich... Aber ich will es jetzt! Wenn es er jetzt nicht ist! Das ist ja deine einzige Option! Aber... Ja, ich glaube es war er! Es ist ja safe so, dass die Imposter dann auch für mich gewartet haben! Weil Chris mich so ein bisschen gefrontet hatte! Dann haben die direkt die Chance ergriffen! Wollten mich raus haben! Und die haben nur gesaved! Weil irgendwelche Leute auf Fabo gewartet wurden! Jetzt mache ich aber nochmal die Tasks hier schnell fertig! So endlich mal den Upload hier fertig reinhauen! So und wie immer bitte! Ja, na klar! Okay, das hat jetzt lang gedauert! So wie immer! First try das Ganze hier! Jawoll! So zwei habe ich noch vor mir! Zwei Stück! Elektrik will ich... Ah! Elektrik will ich jetzt eigentlich nicht rein! Aber mache ich jetzt einfach mal! So eine einzige! Emergency Meeting! Mensch! Einer ist es glaube ich noch! Also ich meine... Ich glaube nicht mal zwei! Sonst hätten doch nicht so viele jetzt Chris gewonnen! Dann haben wir auch immer dumme Imposter! Weil sonst hätten wir jetzt gewonnen bei Reaktor! So! Dann lass skippen und die dummen Imposter gewinnen! Oh nein! Wenn jetzt echt beide noch leben! Dann tut es mir echt leid! Alter Chris! So komm! Schnell das fertig! Dann haben wir die Mission auch mal gemacht! Weil es fehlt nur noch eine Leiste! Oh! Und das ist hier bei... Matt Bay! So! Ich hoffe die schalten das aus! What? Warum schaltet es niemand aus? Ich muss hin! Ich muss hin! Sonst schafft man es nicht! Hier wurde eine Leiche! Tim und ich können uns decken! Du hast ja auch keinen Bock drauf oder? Ich bin gerade zu einer anderen Seite gelaufen! Ben! Du bist mega sass! Du bist mega sass! Wo warst du? Also ich wollte... Stimmt! Ich wollte es lieber fixen statt zu reporten! Was? Wo warst du? Ich habe euch beide gesehen! Weil ich noch... Ja genau! Ich denke den habe ich nur zurückgebracht! Und jetzt habe ich schon gedacht! Okay! Ben und Logo rennen zusammen! Und dann lag Logo da tot! Und ich denke mal, dass hier niemand von euch abgebogen ist! Wenn ihr beide auch zu fixen wolltet! Tim und ich kamen von ganz links! Also Tim hätte auch zurücklaufen können! So ist es auch! Ich habe in der Admin aber schon gefixt! Aber ich bin eins von zwei und das war ich! Hm! Okay! Boah! Aber ich glaube es ist echt nur noch einer! Ja das ist richtig krass! Aber Ben und Logo sind ja lustig da zusammen rüber gerannt! Und Logo lag jetzt tot! Ja weil ihr drei da wart! Und wenn Ben dann ein Dings war und die jetzt im Viertel rumgerannt sind, dann muss es die Dings da gewesen sein! Also ich habe sonst keine Anhaltspunkte! Hallo? Ciao Lisa! Oh oh! Was? Okay das ist jetzt echt weird! Wer könnte das denn jetzt sein? So komm! Hier schnell nach oben! Und let's go! So Tim und Fabo laufen hier rum! Wenn es jetzt halt die beiden sind! Emergency Meeting! Oh je, oh je! Alle Tim brauchen die... Mikrofon aktiviert! Ne! Keine Ahnung! Oh! Oh! Ja ich auch! Ich auch! Ich auch! Aber einfach alle zusammen rumlaufen bitte! Nein, zusammen rumlaufen ist verboten oder? Na! Ich hab die Aufgabe noch! Ich hab die Aufgabe! Oh Gott! Ich muss jetzt schnell! Ich muss jetzt schnell die machen! Fertigmachen! Und! Zack! Ne! Okay! Ich war doch nicht der letzte! Aber ich hoffe mal! Kann man das hier filmen? Okay! Fabo hat's gefixt! Ich glaub Fabo, ich weiß nicht! Ist es glaub ich nicht! Wir müssen hier auch... Ja! Das wurde auch gefixt! Von Ben glaub ich! An die Dealer! Oh mein Gott! Ja! Das war leider! Warte, 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 warte! Wurdest du mich? Nein! Natürlich! Warum jetzt nicht? Du hast ihn grad umgebracht! Ich bin doch mit Fabo gelaufen, wenn das äh... Ja! Ich hab's doch gesehen! Es hätte Fabo gar nicht sein können! Boah wie knapp! Ich bin ja beim Lügen erwischt und Lisa hat ihn gekappert, weil sie zweiter im Oster war! Oh! Sorry Chris! Ohne Witz! Ja! Ich starte natürlich als Crewmate und will nicht als erstes sterben! Aber jetzt so langsam trennen sich die Leute und Hobbits läuft hier wieder! Der schaut sich doch schon wieder so komisch um! Naja! Aber hier sind echt noch zu viele! Das geht nicht! Boah! Ich dachte gerade! Samu! Was war das? Alter! Hast du ein Wendbutton nicht gefunden? Oder was? Ich kann nicht sagen! Ich hab mich verklickt auf Wend... Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jawoll! Jawoll Leute! Ab geht's! Die Mission machen! Mal schauen wen ich hier als erstes kille! Ah! Ich muss halt gut voran! Hier laufen so viele Leute rum! Hier oben in Electrical vielleicht irgendjemand! Drei Sekunden kann ich wieder einen killen! Jetzt bin ich einfach mal wieder komplett hier! Ist hier zufällig einer drin! Da die Mission schon macht! Oder noch macht! Leider nicht! Jetzt wird die Leiche gefunden! Ich war gerade in Simon Says in der letzten Stufe! Okay wo war's? Electrical! Will nix callen aber ich glaube es ist Laurits! Der stand voran richtig komisch einfach auf dem Wend die ganze Zeit! Bei Shields unten! Das war wirklich komisch! War bei Electrical auch oder? Dann ging auch noch direkt der Reaktor los! Problem ist! Ich bin in Electrical rein und mir kam vor ein Storage einer entgegen! Aber ich bin links rum und rechts rum ist einer gelaufen! Ich weiß nur nicht welche Farbe das war! Ist das Problem! Wo liegt die Leiche? Electrical! Okay! Also ich bin nicht zum Reaktor gelaufen! Ich stand unten! Hab meine Aufgaben gemacht! Weil ich dachte redeten alle weg! Ja wer war in Electrical alles? Wer war mit mir auf dem Weg von links vom Reaktor? Ich und der grüne Leiter! Light! Also Hobbits! Light! Dann können es nur Tim oder Lowry sein! Und Phil! Das ist meine Meinung! Hat ihr mal Phil gesehen? Achso ne das auch nicht! Aber ich glaub trotzdem das ist laut! Ne! Ich will jetzt nicht random voten! Ne ich hab geskippt! Weil ich hab wie gesagt nur Leiche gefunden werden! Die nicht zu reporten! Aber ich hab auch keine Beweise! Okay! Oh oh Leute! Das wird schwierig! Das wird schwierig! Hm! Und geh mal schön in Mad Bay hier rein! Da stehen ein paar! Machen wir das mal wieder an! Ich hoffe mal hier laufen wenigstens ein paar hin! Das ist echt schwer! Die laufen halt so viel zusammen rum! Und Hobbits bleibt hier! Und vertraut mir glaube ich auch nicht so ganz! Aber was soll ich jetzt machen? Ich glaube ich geh mal weiter! Hier unten an die Mission! Ja ne hier ist aber leider keiner! Und hier sind wieder so viele! Es ist unglaublich Leute! Es ist unglaublich dass hier alle zusammen rumrennen! Aber die Missionen sind auch noch lange nicht fertig! Ich weiß jetzt nicht was ich jetzt noch! Die rennen halt echt immer zusammen rum! Was ich jetzt noch machen kann! Genau dann rechts noch! Rechts noch davon! Ich glaube es ist Phil! Nein! Nein! What? Weil der Akta war gecallt! Ich habe Lauri gesehen! Und Phil ist der einzige der nicht hingelaufen ist! Na klar bin ich noch mitgelaufen! Ich habe gesehen wir alle dahin gelaufen seid! Ich hätte es uns auch gefixt! Ich habe Phil gewartet auch! Weil ich weiß es eigentlich überhaupt nicht wer! Ich würde sagen Phil oder Lauri! Ich skipp nochmal! Ja das weißt du nicht! Es wird zum Glück keiner ausgewählt! Da hatte ich nochmal richtig Glück! Ich dachte jetzt komme ich schon dran! Und jetzt sind hier halt alle drin! Jetzt sind hier halt so viele! Oh mein Gott! Hier ist wieder die Menge! Jetzt gehen alle in den Raum! Es werden alle in einer Menge stehen! Das wäre halt nice! Es ist Lauri! Ich habe Haubels gekillt! Nein! Leute das war auf jeden Fall nichts! Aber falls es euch gefallen hat! Gerne liken! Glocke aktivieren! Um nichts zu verpassen! Ansonsten lasst gerne ein Abo da! Wird mich freuen! Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video! Haut rein und ciao!